da sind wir guten morgen liebe traderinnen und trader es ist zeit mal wieder über den dax zu reden der lock down bringt den dax down kann man so schön sagen die verhandlungen laufen ja sozusagen hier auf ja oder in vollen oder auf vollen touren wir werden sehen was wir heute im laufe des tages auch benannt bekommen es wird auf alle fälle das haben wir schon heute morgen erfahren in deutschland einen lock down light geben welche auswirkungen das haben wird man weiß es nicht genau wir sehen aber wie die indizes darauf reagieren nicht nur bei uns in deutschland also das thema corona hat ja auch die großen weltweiten indizes in summe in griff gute nachrichten gibt es aus australien in melbourne beziehungsweise im bundesstaat victoria wurde zum beispiel der lock down jetzt nach drei monaten aufgehoben und da sehen wir gleich auch gute zahlen aus australien an sich das schauen wir uns auch gleich mit an wenn wir in die nachrichten mit reingehen zuvor kurz die frage kann man mich hören jawohl man passt das ganze sehr schön läuft also zoom ist da facebook auch das ist ein traum und wo wir gerade dabei sind wer fragen hat bitte rein in die chats ich sehe es gerade hier auf facebook beziehungsweise auf zoom kommen schon die ersten fragen rein da kümmere ich mich natürlich gern darum sind entsprechend angekommen hier an dieser stelle wir gucken kurz auf die risikohinweise bitte in gänze zur kenntnis nehmen der handel mit devisen und cfd's of margin der kann mit zuverlusten führen so rum und damit kommen wir zu den tagesnachrichten beziehungsweise zu den nachrichten in allgemein ich hatte jetzt gerade hier im video vorne noch dran das teaser video zu unserer gestrigen diskussion hier mit unseren tickmill analysten was wir gestern um 14 uhr hatten das war international live ausgestrahlt worden das stellen wir auch noch in die entsprechenden youtube kanäle entsprechend mit ein ich teile das auch noch auf facebook aber die fakten aus dieser besprechung die views die ich in diese runde mit eingebracht habe die gibt es am freitag auch noch mal auf deutsch hier für all diejenigen die bei uns hier das ganze interessiert das mache ich direkt dann am freitag nach der besprechung der märkte und der handelsideen das schon mal als kleiner teaser hier entsprechend vorab schauen wir auf die heutigen nachrichten und da kommt das was ich gerade auch gesagt hatte thema australien thema lockdowns ich habe freunde sehr sehr enge freunde in australien bisschen kleine familie als ich dort eine ganze weile gelebt habe sind mir sehr ans herz gewachsen mit denen habe ich vor kurzem telefoniert die wohnen in brisbane und die haben gesagt ma queensland ist nahezu covid 19 frei andere bundesländer sind da deutlich mehr betroffen und heute morgen haben wir zum beispiel auch gehört ich hatte es ja gesagt dass in victoria das ganze jetzt aufgehoben worden ist die haben jetzt in den letzten wochen glaube ich nur noch zwei oder über nacht nur noch zwei ansteckungen gehabt also alles in einem ganz niedrigen niveau und australien ist ja sozusagen hier auch ein sehr sehr enger wirtschaftsraum alles sehr begrenzt wenn man das mal so sieht jetzt nicht von der fläche sondern auch von der masse ich glaube die haben 25 millionen einwohner und wir sehen hier wenn wir ein land haben wo das ganze langsam besser wird dann passiert auch irgendwo was entsprechend in der wirtschaft und wir sehen es bei den verbraucherpreisen hier entsprechend die ziehen dort auch langsam wieder an das ist jetzt einfach mal die zahl die wir hier da haben das muss man ein bisschen im blick haben ein zu starkes anziehen wäre natürlich negativ für die wirtschaft auch wenn jetzt beispielsweise angebotsknappheit oder ähnliches die hauptgründe für die anziehenden verbraucherpreise sind aber das muss man einfach ein bisschen im hinterkopf behalten wir sehen es hier auf alle fälle mal ein zuwachs auf 1,6 lag auch ein bisschen über den prognosen und vorher im vormonat oder vorquartal waren es minus 1,9 also man sieht da ist bewegung definitiv auch mit drinnen so ich muss jetzt hier mal kurz noch was ausmachen was kommt heute im laufe des tages noch wir bekommen aus den usa die einzelhandelsbestände ohne fahrzeuge das ganze um 13.30 Uhr ach mensch apropos wo wir bei den zeiten sind ich mache mal ganz kurz noch einen break Leute eins nicht vergessen wer es noch nicht gemerkt hat ja haupthandelszeit in den usa fängt momentan um 14.30 deutscher zeit an die usa hat noch nicht auf hinterzeit umgestellt das wollte schon die ganze zeit los werden jetzt fällt es mir wieder ein also das ein bisschen im hinterkopf behalten 21.30 ist offizieller us börsenschluss ja weil einfach die ganze sache mit der stunde hier jetzt aktuell ein bisschen anders wirkt wir machen weiter was bekommen wir heute nachmittag noch aus den usa der blick in die rohöl lagerbestände hier um 15.30 gestern haben wir die apis bekommen die waren naja ich will jetzt nicht sagen grottenschlecht aber deutlich schlechter als erwartet das war ein ganz schön ordentlicher zuwachs den wir da gesehen haben das merken wir auch das drückt auf den ölpreis öl auch eine frage die wir heute haben da schaue ich natürlich direkt mal in den chart da freue ich mich auch das short set ab was wir besprochen haben das hat durchaus relevanzen und durchaus auch die chance noch ein stück weit tiefer zu laufen wenn der abgabedruck kommt wir sehen es in den chart wo die spuren der händler sind was da gute anlaufpunkte sind ansonsten heute aus kanada ist die zinsentscheidung da kriegen wir um 15.30 die zinsentscheidung der bank of canada und um 16.15 ist dann entsprechend die pressekonferenz morgen haben wir das ganze spielchen ja hier bei uns in der eu das zu den nachrichten für heute und damit würde ich sagen gehen wir mal in die charts vorbereitet habe ich den dax das haben wir ja vorhin schon in der überschrift gesehen von den währungen habe ich us dollar yen und schweizer franken yen auch sehr sehr interessante verortungen momentan da müssen wir genauer hinschauen hallo das machen wir jetzt direkt mit dem blick hier in den stereo trader bild mache ich gleich direkt noch groß für die video übertragung hier auf facebook und damit geht das los hier an dieser stelle mit den charts so also wir starten mal mit dem dax das ist ja das hauptmerkmal und leute es geht einfach nur bumm 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 es kracht nach unten ich hatte es oder werde es nachher im blog auch veröffentlichen was wir hier an dieser stelle haben es ist eine wirklich sehr sehr angespannte situation die wir hier haben und der druck nach unten der ließ sich schon vor geraumer zeit erkennen und zwar ich will jetzt nur mal ganz kurz hier ein paar marker fürs gehirn mit einbringen diejenigen die hier öfter zuschauen die wissen was ich damit meine das sind einfach ganz ganz typische konstellationen die wir hier haben die wir uns dann auf oder vor auge führen müssen was hier an dieser stelle passiert und schaut euch mal das was ich hier markiert habe das ist eine short spirale die hat sich angekündigt ja und diese ankündigung greift jetzt halt und zu dieser sage ich mal zu diesem entdeckung gehen hier oben an dieser stelle gesellen sich jetzt halt auch noch diese ganzen corvette 19 dinge mit rein es gibt nicht nur schlechte nachrichten um corvette 19 aber jetzt geht man halt deutlich in deckung nicht nur schlechte nachricht um corvette 19 wenn man heute beispielsweise mal das thema der deutschen bank gehört hat die deutsche bank hat ein sehr gutes drittes quartal gehabt und die deutsche bank ich habe vorhin das interview gehört mit dem deutsche bankchef der hat einfach gesagt es ist in der reinen erholungsphase deutlich besser gelaufen als man das anfang des jahres oder anfang des zweiten quartals überhaupt erwartet hat und das ist etwas das müssen wir jetzt wirklich uns mal auf der zunge zergehen lassen wenn wir das ganze thema mit diesem lockdown hinter uns gebracht haben der wird ja kommen in welcher form auch immer es ist ja schon angekündigt ab nächste woche werden wir wenn wir ein bisschen glück haben ebenfalls wieder eine schöne erholung sehen und das dürfte durchaus positiv dann von den märkten aufgenommen werden aber weil man halt nicht weiß was kommt und wie lang das ganze dauern wird geht man hier jetzt halt deutlich in deckung und sowas kündigt sich an so jetzt ist das kind sozusagen naja ich will jetzt nicht sagen in den brunnen gefallen aber der aufwärtstrend ist mal rausgenommen gestern haben wir hier die 200er tagelinie deutlich unterschritten und wir machen nicht mal halt in diesem kleinen bereich den wir hier haben um die marke von knapp unter 12.000 punkten ne 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 da geht es fleißig weiter zur upside unten rein hier der nächste anlaufpunkt wäre mal das zwischentief aus dem aufwärtstrend hier bei 11.600 punkten und wenn auch das nicht hält haben wir hier noch ein drehlevel schaut mal das ist genau der bereich den wir hier drüben hatten da muss ich mich mal kurz zur seite drehen das sind so anlaufbereiche die werden immer wieder gerne getestet schaut mal hier wo wir diesen bereich hatten das war hier die oberseite vom gap und jetzt schaut mal in welcher ecke wir den unteren bereich haben das ist irgendwo im drehpunkt um dieses die unterseite von diesem gap also da sind wieder zwei marken die wir durchaus historisch mit betrachten können die wir hier zur unterseite brauchen und das ist jetzt interessant und bei der volatilität die wir hier momentan haben bei der bisschen panik was wir hier im markt haben würde es mich echt nicht wundern wenn wir heute schon die 11.600 punkte marke testen wenn es ganz heftig läuft sogar schon hier richtung 11.300 muss man sehen wenn die panik sich deutlich auswirkt das ist die schlechte seite oder die schlechte nachricht für die bullen für diejenigen die gerne kaufen wollen aber für die aktiven schwäder ist eine sache jetzt auch sehr 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 interessant wir haben hier deutliche abgaben gehabt und zwar alles alles im spannungsumfeld in der gerüchteküche um einen möglichen lockdown so jetzt geht schon der markt davon aus den lockdown gibt es wirklich und was soll ich sagen man muss hier wirklich auf der ohr haben diese starken abgaben sind zwischendrin in keinster art und weise korrigiert worden und das ist das wo ich sage leute legt euch hier auf die lauer im kurzfrist trading wenn wir einen rückschnapper bekommen und der um nachrichten wo man dann merkt oh jetzt haben wir viel zu schlechte sachen erwartet so schlimm ist es ja doch nicht dann könnte das einen ordentlichen rückschnapper geben und zur planung dieses rückschnappers das ist auch kein hexenwerk müssen wir uns nur mal den untergeordneten trendverlauf anschauen also ich klicke den mal ganz kurz ein also wartet ich mache es mal weg den großen hier das hier ist der untergeordnete trendverlauf und da sehen wir mal wie weit der letzte bewegungsarm in seiner bewegung steht das ist eine starke übertreibung ich habe dazu auch mal ein artikel im traders magazin geschrieben was man daraus holen kann und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz im stundenchart hier an dieser stelle an das sehen wir nämlich die wichtigen marker hier an dieser stelle guckt euch das mal an ich raff es mal etwas zusammen das ist jetzt die stunde naja gut so klein würde ich es auch nicht haben das ist die stunde und wenn wir uns jetzt mal anschauen wo sind denn hier interessante marker falls wir irgendwann mal anhalten die sind da durchaus da ja und das ist jetzt halt einfach der punkt wenn wir es schaffen umzudrehen dann wäre der erste schnapper erst einmal wirklich hier über die marke von 11.955 punkte zu sehen da geht es dann nach oben das ist auch wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen das ist das hier oben das ist das aktuelle das der bereich um das aktuelle tages hoch in diesem level und das ganze wenn hier tatsächlich die umkehr kommt dann sind die anlauf level nach oben gut erkennbar obala das ist die falsche linie und zwar liegen die planungstechnisch je nachdem wie die volatilität an dieser stelle auch ist an den entsprechenden zwischen hoch und wenn wir da mal schauen wollen wo wir die liegen haben ganz klar hier oben das ist mal der erste bereich um die 12.278 punkte marke im untergeordneten level hier in richtung 12.200 wäre dann mal noch zu sehen das ausbruchs level hier wobei man da sagen muss wenn wir hier sozusagen erst mal nur ran laufen wäre es wirklich ein sehr sehr schwacher rückschnapper und ansonsten wenn es zu einer größeren ausdehnung nach vorne hin kommt und wir uns nur mal auf die zwischen hochs fokussieren schaut mal dann haben wir hier oben liegen grob die marken um die 12.720 das ist auch hier wieder mal ein ganz ganz typisches level das wir hier haben hier schaut euch an guck mal hier price action hier price action hier price action hier hat es ordentlich nach unten geknallt hier sind wir oben ran gelaufen und dann ging es wieder nach unten das ist eine marke die hat durchaus marktrelevanz und das ist interessant und wenn es dann ganz weit nach oben läuft also wenn wir hier über diese marke auch raus laufen dann sind wir schon deutlich nach oben gelaufen aber wenn der markt halt nachhaltig zurückfassen möchte ja dann haben wir halt die nächsten level auch noch da aber da muss man erst mal sehen wie weit das ganze nach oben läuft wenn wir uns nach oben fokussieren wollen der nächste bereich der schwungbereich ist irgendwo hier oben im bereich um die 13.000 bis 13.010 das ist sehr weit weg ja je nachdem wie die vola läuft ich glaube nicht dass das schnell passiert aber man muss auf der uhr haben wenn wir doch einen richtungswechsel bekommen das sind planbare anlaufpunkte tatsächlich hier auf der chart oberseite das der blick hier in den dax auf stundenbasis machen wir weiter mit den tages ja chat oder charts vom us dollar japanischen yen und schweizer franken japanischen jen wir blicken zuerst einmal in das währungspaar us dollar jen und da sind wir in einer ja muss ich mal sagen sehr sehr spannenden verortung und zwar hier guckt euch mal den bereich hier unten an das ist ein umkehr level also ein support level gewesen 1 2 naja zweimal mittlerweile gehalten aber der übergeordnete markt ist weiterhin absolut abwärts gerichtet und wenn wir das momentan mal sehen wir haben hier einen relativ schwachen markt und wo kommt die schwäche her an was kann man das erkennen das kann man relativ gut sehen an der stelle dass man sagt schaut mal hier einmal stark runter zweimal stark runter kurz inhalten dreimal stark runter so die korrektur die hier gelaufen ist war sehr zäh kaum was rein sehr sehr zäh dann rutscht der nächste markt nach unten was ist dann hier passiert ein tag zwei tage drei tage ganz ganz zäh korrektur da hat sich keiner rausgetraut und dann kawumm ging es ordentlich nach unten und das sehen wir hier sehr sehr stark an dieser stelle hier abwärtstrend ist gebildet und jetzt wird es hecht hochinteressant was passiert unten was passiert hier unten an diesem level an dieser stelle hier wenn wir unten drunter durchrutschen dann ist der weg nämlich offen hier das ist ein auffang level und wenn wir hier unter dieses zwischentief laufen heißt das die trendfortsetzung dieses markierten abwärtstrends hier und da muss ich mal ein bisschen zusammenraffen denn hier ist der weg nach unten der ist offen also wenn diese hürde fällt wenn wir unter die marke von 104 japanischen jen fallen da ist da erstmal nicht mehr viel da da ist keine luft da hier da gibt es nirgendwo irgendwo ein anlaufpunkt da ist der weg frei hier unten hin zum jahrestief wir müssen mal kurz schauen wo wir es haben da klemme ich auch gleich mal noch ein preisschildchen dran moment das weg so hier da unten da haben wir das tief haben wir liegen bei 101 183 zack der weg ist offen das nenne ich mal ein gutes ziel unten ranzulaufen also das ist platz nach unten hin und da ist der markt dann offen wenn wir drunter fallen ansonsten thema drunter fallen nicht gleich sondern mit einem kurzen fahren drunter das ist dann nämlich immer interessant zu sehen was hier unten passiert gibt es wieder so ein anlupfer und dann den hochschub oder sehen wir wirklich die schwäche nach unten durchgehen und da müssen wir mal so ein bisschen schauen wie sich der markt hier verhalten hat weil wenn wir uns das ganze mal anschauen wollen hier ist der markt im vorfeld ja 1 2 3 4 5 tage komplett nach unten durchgefallen ohne pause hier sieht das ganze ganz anders aus hier hat der markt getrendet kurz pausiert auch wenn nur schwach getrendet kurz pausiert und jetzt wieder wir haben hier bei weitem nicht diese überdehnung nach unten gehabt die wir sie hier hatten also die situation jetzt ist ein bisschen anders ja und das könnte durchaus dafür dazu führen dass wir hier den rutsch nach unten kriegen und das schauen wir uns jetzt ganz kurz mal noch im vier stunden chart an da sehen wir nämlich hier in diesem bereich den markt schön nach unten trenden hier das ist der letzte bereich nach unten sozusagen also hier 1 2 3 da sehen wir auch die zwischentrends mit drin liegen das wäre wirklich eine sehr sehr interessante geschichte die wir haben und das der bruch entsprechend nach unten das ist sehr sehr interessant an dieser stelle und hier wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen wenn wir einfach mal nur 1 machen noch die tiefe oben ausmessen schaut mal erst einmal dieser bereich hier das war die korrektur die hier gelaufen ist und wenn wir die unten dran setzen dann sehen wir mal der markt ist aktuell in seiner verfassung dass er das was in die korrektur gelaufen ist auch wieder unten raus baut und wenn wir das ganze spielchen jetzt mal hier drüben machen also sozusagen die korrektur tiefe hier da unten dran setzen da sehen wir mal dass wir rein von der zielseite her mal locker unten rein laufen können das erste der erste bereich hier unten wenn sich das doppelt wäre dann hier unter dem zwischentief unter der marke von 104 bei 103 64 65 irgendwo in diesem drehkreuz rum das wäre mal ein wirklich schöner anlaufpunkt die wir hier zur unterseite planen können ansonsten thema rutschnapper müssen wir ja auch auf der uhr haben wir sehen ja hier gerade dass dieser balken auch in seinen roten bereich rein läuft und das ist immer dann der fall wenn wir unter das alte zwischentief drunter gelaufen ist das ist der bereich wo man sagt wann kommt es denn hier zu einem rücksetzer und da müssen wir uns einfach nur mal mit der aktuellen ja bewegungsphase auseinandersetzen das heißt da schauen wir jetzt einfach mal aus den vier stunden in die 15 minuten rein ich raff das mal kurz ein bisschen zusammen dass wir hier ein bisschen besser die historie sehen können so und da müssen wir uns nur mal damit auseinandersetzen was wir hier am trend nach unten laufen gehabt haben das heißt hier mal schön ein bisschen größer zu machen nach oben ziehen und da sehen wir nämlich an dieser stelle was ist denn hier heute jetzt haben sollte es hier tatsächlich zu einem abprall erst mal kurzfristig kommen ja dann ist das einfach erst einmal nur die bewegungskorrektur also das ist ja der letzte bewegungsarm den wir haben und wenn der so ein bisschen korrigiert leute es ist ja nicht schwer das ist das letzte größere ausbruchslevel hier oben der bereich um die 144 wenn der gewuppt wird dann können wir weiter nach oben gehen und schaut mal was hier an dieser stelle wieder passiert wo war dieser drehpunkt wo sind wir hier rumgedreht wieder mal genau an so einem trendtechnisch wichtigem level oft genug getestet die geschichte hier einmal zweimal dreimal drehbereich hier preis action hier an dieser stelle also das ist wieder mal so ein ganz wichtiges level und hier ist der markt von unten nach oben rangelaufen und abgeprallt und das sind wirklich sehr sehr schöne ziele marken das heißt wenn es hier zu einem rückschnapper kommt erster anlaufbereich hier der letzte ausbruchsbereich 104 knapp 40 nächste anlaufbereiche der widerstand um die 104 55 und wenn es von da aus noch weiter nach oben geht dann können wir uns wirklich wieder sehr sehr schön an den zwischenhochs orientieren und der oh wunder wo liegt er natürlich wieder mal und da sieht man wie gut das funktioniert hier schaut mal hier 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 das ist wieder mal ein ganz ganz typischer bereich den wir hier an dieser stelle haben das sind die level wenn es nach oben geht sehr schön planbar hier für den japanischen jen kracht durch wir haben es gesehen nach unten ist da wenig halt an dieser stelle das zum japanischen jen im us dollar und dann schauen wir uns jetzt noch die safe haven koppelung an und zwar schweizer franken japanischer jen und da sehen wir momentan auch wieder sehr sehr starken abgabedruck weit nach unten gelaufen inzwischen wir sind hier auch an der stelle schaut mal hier da haben wir inzwischen hoch dann haben wir hier oben inzwischen hoch das heißt wir haben fallende hochs und wir sind mittlerweile unter eine wichtige marke drunter gelaufen das heißt wir sind hier wenn wir uns das mal kurz ein bisschen größer machen wollen in einen ja sag ich mal abwärtstrend übergegangen und dieser abwärtstrend hat hier entsprechend dieses level unten rausgenommen das heißt hier wenn wir uns mal kurz anschauen wollen abwärtstrend ist da aufwärtstrend den wir hier drüben am laufmann der ist vom markt rausgenommen worden also übergeordnet in ganz ganz großen wenn wir uns mal den wochenchart anschauen wollen sehen wir natürlich noch einen aufwärts gerichteten markt nur das ist hier für mich jetzt nicht ganz so relevant wie die kurzfristigkeit die wir hier an dieser stelle haben und da sehen wir nämlich wenn wir uns den kleineren trendverlauf angucken den berichtungsführenden abwärtstrend und der ist jetzt sehr sehr wichtig geworden denn hier an dieser stelle ist der aufwärtstrend dieser hier rausgenommen worden dieser abwärtstrend steht jetzt allerdings auch in einer ordentlich weiten bewegung ich mache mal den entry bar wieder rein ja da sehen wir da ist auch tief in den roten bereich gegangen und da wird es jetzt wirklich sehr sehr interessant was wir hier an dieser stelle sehen wir sehen zwar momentan auch ist der weg des einfachen widerstands des geringsten widerstands definitiv nach unten gerichtet aber das thema rückschnapper für die aktiven traders ist ja das thema rückschnapper immer wieder ein sehr sehr wichtiger faktor und wenn wir uns das bild mal anschauen wollen schaut euch mal dieses preislevel hier unten an das ist hier unten diese marke um das level von 114 40 in etwa oder was haben wir hier oben ja genau um die 114 zwischen 35 und 40 also auch hier ein schwung band hier gab es auch mal ein spike unten drunter aber dieses level ist durchaus interessant für einen rückschnapper und da müssen wir einfach jetzt nur in die kleineren in die kleineren zeiteinheiten reinschauen ich gehe mal kurz in den vier stunden bereich da sehen wir wie stark der markt hier nach unten abverkauft und wenn wir sehen dass an diesem level wo wir jetzt hier unten ran laufen auch hier haben wir es gesehen drauf hoch kurz drunter gleich wieder hochgelaufen das ist schon ein interessantes level für einen rückschnapper und wenn wir uns das jetzt mal anschauen wo der nächste punkt nach oben zum anlauf ist da sehen wir relativ gut an dieser stelle dass wir hier in diesem drehbereich um die marke von 114 85 durchaus das nächste widerstands level haben und das schauen wir uns jetzt mal noch im kleinen an das heißt in den 15 minuten und da sehen wir nämlich auch wenn wir eine umkehr bekommen dass wir durchaus relevante marke haben auf dem weg zu 114 85 die uns durchaus unterstützen können nämlich hier die zwischen hoch schaut mal hier da haben wir ein zwischen hoch um die 114 73 und dann das nächste hier unten kurz unter dem ausbruch bei 114 81 82 so das sind ein paar interessante marke die wir haben erstmal bis zu diesem level was wir hier gerade im vier stunden chart identifiziert haben und wenn wir dann noch ein bisschen sag ich mal tiefer in die korrektive phase rein laufen ja dann ist erstmal hier der nächste anlaufpunkt das zwischen hoch hier oben auch hier der alte verkaufsbereich die marke um die 115 ja und wenn wir dann noch typischerweise weiter nach oben mit ran laufen dann können wir uns hier an zwischen hochs orientieren die markt relevant waren das ist die marke von 115 um die 20 und dann hier oben das zwischen hoch um die 115 40 42 rum das der rückschnapper wenn wir den mal so sehen wollen wenn wir das kurz mal jetzt auf den vier stunden chart legen dann sehen wir auch das liegt halt in der starken dynamik hier nach unten drinnen und wie schon gesagt die ersten marktrelevanten level haben wir halt da tages hoch von heute beziehungsweise hier dieser ausbruchsbereich und wenn es da dann wirklich drüber geht in eine tiefe korrektur rein haben wir auch ein paar level wo wir durchaus noch abnehmer für unsere positionen finden können ansonsten wenn es einfach nur weiter rutscht nach unten hin das sage ich mal interessante preis level was wir hier auf der unterseite haben ist dann immer noch der auffangbereich hier unten in diesem bereich zwischen 114 und 114 12 hier haben wir es gesehen das ist die drehmarke da wird es dann interessant wenn wir da einfach jetzt die dynamik weiter nach unten kommen einfach auf die lauer legen warten bis das setup kommt zur umkehr oder aber im kurzfristbereich halt hier auch in den kleinsten zeiteinheiten schauen wenn man das trägen möchte hier vielleicht einen kleinen rücklaufbereich und wenn wir nicht hier oben drüber laufen dann haben wir wieder die umkehr und die schwäche setzt sich fort also hier haben wir viele viele möglichkeiten im schweizer franken japanischen yen und damit kommen wir zu den wunschmärkten so was haben wir denn alles da in zoom hammer nasdaq wir haben öl dann haben wir kurz eine frage zum thema australien bekommt vielleicht auch noch eine zweite corona welle weil da sommer ist ähm geist da ist sommer wenn wir winter kriegen kriegen die sommer wobei in australien ist das ein bisschen anders die haben nicht überall vier jahreszeiten so wie wir das hier kennen die haben in vielen bereichen eine trockene und eine nasse saison und jetzt fängt sozusagen der bereich an wo wir umkehren sozusagen also wenn wir hier bei uns sommer haben haben die ja winter also das heißt das ist dann die trockene saison wo es kühler ist in einigen regionen haben wir da wirklich nur den sommer im sommer haben die halt auch viel regen das ist das was jetzt auf uns auch auf die auch zukommt aber es ist halt wirklich die frage hat das relevanzen thema zweite welle und 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 jetzt sind wir erst mal jetzt sind die australien erstmal dort wo sie sind die lage bessert sich deutlich und das hat wie wir gesehen haben ja keine großartigen auswirkungen auf das thema auch corona klar hat sich das jetzt über den sommer hin gebessert jetzt kriegen wir hier die zweite welle aber wir haben ja gesehen diese wellen schwappen dann über die ganze welt egal wie die jahreszeiten sind das ist dem virus völlig wurscht von der seite her ich denke mal das wird nicht ganz so eine hohe relevanz auch haben so also wir schauen auf nasdaq wir schauen auf öl und wir haben hier noch wir haben wir haben wir haben gold haben wir noch da das haben wir da und dann ja gold und britisches also wir haben jetzt öl nasdaq gold und das kabel punkt gucken wir uns an starten wir durch wir starten mal zuerst erste frage nasdaq da gibt es nicht viel zu erzählen wir sind weiter abwärts gerichtet wir haben es miteinander besprochen der abwärtstrend hier im stundenchart ist weiterhin intakt schaut es euch an es ist ein nach unten laufender markt wir haben hier immer wieder steigende fallende hochpunkte fallende tiefpunkte und solange wie das an dieser stelle nicht rausgenommen wird ja geht es nach unten und wir haben wahl nächste woche am dritten november bis zum dritten november muss ich sagen muss man schauen was kommt wie die wahl ausgeht ich erzähle am freitag ein bisschen was dazu aber wir haben eine ziemlich hohe unsicherheit und das ist das was wir hier in den us märkten auch gerade gespielt bekommen plus covid19 muss man sehen wie es wird auf alle fälle haben wir hier ganz klar ich zeichne es mal ein laufend den abwärtstrend auch da hier unten rein oben rauf unten rein dann wieder hoch hier die umkehr nach unten hin interessantes level was wir jetzt aktuell haben was wir auf der u haben müssen schaut mal hier diese schwungmarke wir haben die schon mal identifiziert hier wir haben es im untergeordneten bereich reichen die 11.500 und die 25 punkte wir sehen es hier in diesen bereichen auch immer wieder wenn ich mich mal noch ein bisschen zur seite drehe hier hinten da unten das war relevanz das war hier relevanz und das hat hier scheinbar auch wieder eine relevanz und das ist jetzt interessant wenn wir nämlich aus charttechnischer charttechnischer sicht jetzt direkt hier unten drunter wieder durchfallen dann ist der weg nach unten zumindest hier richtung zwischentief erst einmal wieder frei sollten wir uns irgendwann fangen nach oben hin zu laufen die anlaufpunkte die ich auf der oberseite auch schon mal skizziert hatte die sind weiterhin relevant das heißt für die grüne seite wenn es mal eine gegenbewegung geben sollte wenn wir hier oben über dieses level drüber laufen über diese marke von 11.600 und was haben wir hier 28 30 hier oben in diesen punkt rum dann sieht es erstmal wieder nach erholung an den märkten auf ob das dann eine komplette umkehr wird oder nicht das werden wir sehen aber anlaufmarke haben wir hier an den entsprechenden level knapp unter 11.700 punkte hier um die 11.800 punkte rein dann hier oben die drehlevel um die 11.960 beziehungsweise noch ein stück weit oben hier dieses drehlevel um die 12.000 punkte marke im nasdaq das wie schon gesagt der stundentrend hier nach unten gerichtet das ist die ausdehnung zur unterseite hin und das wäre dann erst einmal hier die gegenbewegung das wird jetzt interessant zu sehen wo wir kurzfristig hinlaufen wie schon gesagt wir haben aktuell ein sehr sehr stark abwärts gerichtetes bild und wir müssen das ganze mal auf tagesbasis auch mit betrachten denn wenn wir uns das ganze mal anschauen die aktuelle dynamik die wir hier auch drin haben wir laufen hier in einem relativ engem kanal der momentan noch nicht unbedingt den anschein einer abflachung macht wir haben zwar gestern einen tag gesehen der innerhalb dieser riesengroßen volatilitätskerze hier liegt aber wenn wir hier unter das tagestief von gestern drunter fallen sehen wir ganz klar der markt weiter nach unten gerichtet marker hier das als zwischentief unten drunter vom tagestief hier um die marke von 11.360 punkten ist durchaus relevant ist durchaus drinnen wenn wir uns im größeren bild mal anschauen wollen wo wir hier anlaufmarker haben hier schaut euch das ganze mal an hier an dieser stelle das hier war das trendige nach oben wir haben jetzt hier an dieser stelle ohne weiteres die möglichkeit bis hier unten rein zu laufen 11.200 punkte durchaus relevant hier im nasdaq ohne dieses bild hier kaputt zu machen also da ist platz nach unten da kurzfristige rückschnapper wie schon gesagt die planung haben wir gerade gemacht im stundenchart interessant wird es wirklich was passiert hier am tagestief also hier unten um dieses level um die 11.490 punkte wenn wir da runter rutschen wird die kerze von gestern weiter abverkauft dann sind wir wieder in der dynamik nach unten hin drin und dann wird es denke ich mal relevant was hier unten um die marke von 11.360 zählern passiert das wenn der druck nach unten aufrecht bleibt da ist noch keine entscheidung getroffen wir gehen jetzt hier gerade in die markteröffnung rein aber wir schauen der markt ist abwärtsgerichtet und solange wie der trend den ich hier in der stunde auch skizziert habe weiterhin abwärtsgerichtet ist bleiben wir auf der unterseite das heißt alle trends in abwärtsrichtung oder alle trades in abwärtsrichtung laufen mit der übergeordneten marktrichtung alles das was long ist bleibt eine gegenreaktion und das muss man einfach im risikomanagement mit beachten chancen haben wir hier allerdings wie immer jeden tag auf beiden seiten das der blick in nasdaq so und dann gehen wir zum öl und öl zeigt uns hier wieder sehr sehr schön dass trends tatsächlich funktionieren hier an dieser stelle ich mache mal kurz den kleineren zeitrahmen rein da sehen wir es entsprechend auch am laufen dieser markt trende tatsächlich hier nach unten ich mache mal ganz die ganzen linien hier kurz raus brauchen wir hier alle jetzt gerade mal nicht so ich will es ein bisschen schöner haben wichtig ist hier unten wenn wir unter dieses zwischentief hier laufen da unten drunter rein bildlich gesehen ja ist der markt weiterhin in der trendfortsetzung unterwegs wo geht es hin wenn wir uns das ganze im tagesschart einfach mal anschauen wollen die relevanten level sind weiterhin entsprechend hier intakt und das ist halt als nächstes mal das anlauflevel hier unten die marke um die 36 40 im wti dieses schwunglevel dieses untergeordnete schwunglevel was wir hier aus dem vier stunden chart gezogen haben beziehungsweise aus dem stunden chart um die 38 ist natürlich weiterhin ein relevantes level das muss man sehen wie der markt sich hier macht aber wie schon gesagt der nächste punkt den wir hier im größeren kontext haben ist einmal das gleiche wie wir vorher haben wir haben hier weiterhin diese hohe schwankungsbreite zwischen 41 oben oder knapp 42 und unten die 36 40 was ihr aufhaltpunkt war und wir sind momentan nach unten hin unterwegs und wenn wir uns das ganze level mal auf stundenbasis anschauen dann sehen wir der abwärtstrend ist hier entsprechend intakt wir laufen hier runter wenn ich das mal ganz kurz skizzieren darf an dieser stelle also der abwärtstrend den ich hier meine ist tatsächlich das hier runter hoch runter hoch und wenn wir jetzt hier unten drunter zur trendfortsetzung kommen das ist dann genau das relevante level wo ich gesagt habe hier setzt sich das ganze weiter fort und der nächste anlaufpunkt den wir hier an dieser stelle haben ist hier drüben dieses kleine untergeordnete drehlevel um die 37 50 und wenn da nichts kommt ist der weg hier unten drin und wenn wir hier einfach mal kurz schauen wollen von oben rauf nach unten was jetzt die korrektur tiefe gewesen ist wenn wir das mal unten drauf setzen dann sehen wir wo der zielbereich liegt unten im auffangbereich auf der unteren seite der range ob es soweit kommt ich weiß es natürlich nicht aber die chancen sind entsprechend da und wenn wir uns das ganze mal anschauen hier mit bezug auf die aktuell laufende bewegung also auf das was jetzt hier runter läuft das ist ja der kontext von diesem abwärtstrend an dieser stelle und wir uns diesen schub nach unten einfach mal anschauen wollen von oben nach hier in der kleinsten zeiteinheit also in der untergeordneten zeiteinheit da sehen wir hier unten hat die unterstützung und wenn die dann fällt das ganze jetzt mal mit blick in den fünf minuten chart da sehen wir es hier an dieser stelle halt natürlich auch hier der markt trendet nach unten wir haben hier die entsprechend relevanten fallenden levels fallende tiefs fallende hochs hier die gegenbewegung alles was unter 38 65 ist es einfach nur eine kleinstkorrektur und wenn sich das ganze nach unten fortsetzt das wäre dann ganz klar hier die umkehr nach unten hin zu sehen und der druck nach unten der hier entsprechend zunimmt also der markt ist hier ganz klar abwärts gerichtet rückschnapper können natürlich immer kommen und die sind dann wichtig zu sehen an den entsprechenden hochs 38 80 in etwa beziehungsweise hier oben die 38 um die 30 und hier haben unten drunter leicht noch liegen dieses umschwung level hier als der markt von der oberseite nach unten umgedreht ist das heißt das ist hier ganz klassisch mal die umkehr der nachfrage das bruch signal hier wurde der aufwärtstrend gebrochen dann gab es eine kurze korrektur und dann wurde das signal bestätigt und das hat dann zu diesem starken abwärts schub geführt das ist gestern gekommen und das ging dann sehr sehr schön zur unterseite auf und damit haben wir die potenziale schön nach unten hin und korrektur potenziale nach oben hin auch je nachdem wie der markt sich entscheidet aber übergeordnet ist die richtung ganz klar aktuell nach unten gerichtet das zum öl ja und damit kann man sehen der markt bewegt sich hier aktuell allerdings bitte beachten innerhalb der range ok das hätten wir so dann machen wir gold und dem britischen fund us dort zuerst der blick in gold hier fehlen mir ein bisschen die worte es ist so irre also mittelfristig bin ich für gold ich persönlich eher auf die long seite gerichtet aber wenn ich mir angucke was hier momentan passiert also als als wenn irgendwie jemand patex an 1900 geklebt hat der markt kommt einfach nicht los er will sich nicht nach unten lösen er will sich nicht nach oben begeben ist für mich momentan ein sehr sehr schwer tradbarer markt wir sehen es hier wenn wir uns mal den schwungbereich um die 1900 anschauen hier da geht es manchmal 5 dollar runter manchmal 5 dollar hoch wir sehen dass der weg nach oben immer mal so wieder ein bisschen trendet momentan kommen wir nicht wirklich über die 1910 also 1910 us dollar drüber die positive nachricht ist in richtung der 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 long tendenzen wir sehen aktuell wieder steigende tiefs ja das zeigt uns dass die händler immer früher in den markt reingehen und entsprechend die tatsache dass wir hier sozusagen über diese trend hoch linie drüber raus gelaufen sind also je nachdem wie man ziehen will hier lang oder dort lang spielt jetzt keine rolle wir sind über diesen marker drüber gegangen und wir haben im kleinsten bereich halt jetzt den markt auch wieder nach oben gedreht also wenn wir uns das mal anschauen wollen hier haben wir steigende hochs und steigende tiefs mit drinnen sieht es eher so aus als wenn er hoch will entscheidungsmarke ist hier oben die 1910 us dollar und das ist halt der faktor an dieser stelle wo man einfach sagen kann hier oben wird jetzt eine entscheidung getroffen ob wir es tatsächlich schaffen uns zu lösen und die oberen level anzulaufen das heißt hier die schwinghochs anzulaufen um die 1914 1920 in diesem drehbereich oder ob wir wieder abprallen und wir uns auf die untergeordneten inzwischen tiefs oder fokussieren müssen hier um die 1902 hier unten die 1900 knapp 888 98 beziehungsweise dann hier noch der letzte schritt unten rein um die 1895 das wird sich zeigen aber hier wurde auch die frage gestellt thema save heaven gold ich bin mir da wirklich momentan nicht wirklich sicher ob gold tatsächlich in dieser corona geschichte als sicherer hafen gelten kann weil wir haben das gesehen in dem letzten großen ausbruch oder in dem initial ausbruch sozusagen da war gold alles andere als der klassische safe heaven also wenn wir uns mal diesen diesen chart hier mal auch anschauen wollen hier unten es gab da schon einen ziemlichen rutsch nach unten den wir hier gehabt haben danach lief das ganze auch weiter nach oben alles ganz klar aber wenn wir mal die kurzfristige sache beleuchten wollen ist es einfach so wenn es sozusagen zu einem liquiditäts engpass kommt dann nimmt man keine rücksicht auf safe heaven wenn man geld braucht verkauft man seine assets und wenn gold hier mit unter den hammer kommt wird auch gold verkauft das hat da überhaupt nichts damit zu tun was hier mit dem thema gold als safe heaven drin ist sondern da geht es dann wenn dieses spiel gespielt wird einzig und artig einzig und allein nur darum wenn ich geld brauche und ich habe gold dann muss ich das gold verkaufen und damit kann ich dann cash machen und gold hat ja weiterhin ein sehr sehr hohes niveau wenn wir mal gucken wo gold noch anfang des jahres stand und wo wir jetzt stehen das lädt natürlich auch zu gewinnmitnahmen ein klassisch und es sind auch viele trader in den titel reingekommen und wenn wir jetzt hier nicht vom fleck kommen und tatsächlich auch geld gebraucht wird und wir hier tatsächlich in die situation kommen dass wir im gold preis verkäufe bekommen die auch unter gewisse charttechnische marken fallen dann haben wir hier ganz klar wieder den druck nach unten weil auch die charttechnische sache aktionen am markt auslösen und das sind alles fakten also ich würde jetzt hier mein geld nicht zwangsweise darauf setzen dass gold hier eine safe heaven geschichte wird sondern ich mache das wie immer im trading schaut genau auf die charts schaut auch das an was die marktteilnehmer machen und richtet euch einfach danach und wenn wir sehen was die marktteilnehmer hier machen dann müssen wir einfach sehen im schwingen bereich die machen nix es wackelt nur hin und her im kurzfristbereich sehen wir bei 1910 immer wieder verkäufe und unten sehen wir die ansteigenden tiefs und wenn wir jetzt hier tatsächlich durch diese verengung hier oben durch die unterseite ausbrechen sollten ja das wäre dann das andere spiel und zwar genau das spiel was wir hier haben wenn wir uns das ganze thema mal angucken wollen im kurzfristigen bereich wenn wir hier das sehen haben wir hier ganz klassisch die korrektur im kurzfristigen abwärtstrend wobei die kurzfristigkeit ja auch schon seit 20 oktober läuft also ganz so kurzfristig ist das jetzt hier nicht und wenn das nach unten durchbricht wäre das dann natürlich das schutzsignal und das wäre dann ganz klar der weg nach unten hier unten rein da muss man sich dann wirklich auch kurzfristig von den long ideen schweden beziehungsweise trennen eher die short seite anlaufen und dann hier orientierung erst mal richtung 1892 beziehungsweise auf die tieferen bereiche hier unten rein gehen wir haben es ja hier drüben noch mit liegen und wenn das alles bricht und wir hier sozusagen wenn wir mal kurz auf den tagesschat schauen unter dieses level hier unten drunter auch laufen sollten ja dann sieht es halt eher bärisch aus und das führt dann entsprechend dazu dass wir hier das hier dieses bild durchaus auch als relevant sehen müssen das heißt da muss man wirklich hier ja genau schauen was der markt macht wir haben nämlich aktuell ein gemischtes bild und das verharren hier an dieser stelle kann bullisch aufgelöst werden oder auch entsprechend bärisch und das ist der drehpunkt und das ist das was wir hier momentan im stundenschart halt sehen und das sollten wir zum ja sag ich mal planen unserer trades doch mit beachten was hier drinnen passiert ja und damit gehen wir noch zum britischen fund us dollar und lutz lutz du fragst gerade fragen heute nichts falls ich irgendwas von dir übersehen habe bitte schreibst noch mal rein ich möchte mich natürlich darum kümmern ist schon wichtig hier auf die fragen einzugehen in zwischenzeit gucken wir aufs cable ach hier passiert leute das ist immer so in diesen währungen wir haben kursmuster und wir müssen immer ein starkes risikomanagement haben und zwar gerade auch bei werten wie wir sie hier haben im britischen fund und wenn wir hier das thema britisches fund haben dann müssen wir ganz klar denken an das law an das thema brexit und brexit wird das fund bewegen ja also wir müssen einfach nur mal schauen als ich letztes jahr bei tigmel in zypern gewesen bin da hatte ich auch mit den zios drüber gesprochen die hatten mich auch gefragt mensch was denkst du jetzt hier was wird denn hier passieren im britischen fund wo wird sich denn hin entwickeln wir haben ganz klar das thema hier gehabt und das war so die weihnachtszeit wo dann die brexit verhandlung oder das thema brexit auch kam und was hat das ganze am markt gemacht schaut euch das mal an hier da der schub nach unten krach kurze wiederholung und dann bang nach unten so und jetzt haben wir die situation dass sich der markt von unten aus erholt hat wir aber aus dieser übergeordneten abwärtsrichtung immer noch nicht ausgebrochen sind also wenn wir uns mal anschauen wollen hier da ging es nach unten da ging es kurz mal nach oben dann ging es wieder nach unten dann ging es wieder kurz nach oben dann ging es deutlich runter dann ging es wieder hier oben in diesen widerstandsbereich rein da ging es wieder deutlich runter dann gibt es jetzt wieder eine sehr sehr starke korrektur und was haben wir jetzt das ist die große frage die wir uns hier stellen müssen ja und wenn wir uns das ganze mal auf tagesbasis anschauen wollen und natürlich als aktive trader auch müssen dann können wir hier konstatieren der abbruch oder der ausschub von hier oben nach unten der ist schon gekommen ja und wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen hier an dieser stelle der markt trendet hier im kleinen kurzfristig nach oben das ist die gegenbewegung zu diesem schub nach unten und wir wissen jetzt natürlich nicht ob der markt hier tatsächlich nach oben dreht oder nicht verortet in diesem grün markierten aufwärtstrend haben wir ganz klar hier eine flagge drinnen und wenn wir diese flagge uns mal schauen anschauen wollen das hier ist der abwärtstrend innerhalb der flagge also das was wir hier sehen ist da und jetzt ist der ausbruch gekommen ja so und jetzt kommt es natürlich ganz stark darauf an wie verhält sich dieser ausbruch also hier das war der erste schub nach oben dann haben wir kein neues zwischentief gesehen dann kam der ausbruch jetzt geht es runter jetzt trende der markt aber schon wieder runter das heißt wir sehen hier eine extrem hohe volatilität momentan und dieses long signal was wir mit dem ausbruch hier bekommen haben das kann schon noch ein stück weit laufen ja ohne weiteres wenn wir uns das ganze mal anschauen wollen bis unten in diesem bereich rein wieder mal um die marke von knapp um 1 30 aber stärke sieht anders aus ja stärke hätte so ausgesehen dass wir direkt hochlaufen das ist eher so gezappelt und was wir jetzt hier an dieser stelle sehen ist halt wirklich dass der markt zwar hier nach oben ausgebrochen ist auch in aufwärtstrend gemacht hat aber da keine stärke reingekommen ist und das sieht momentan eher nach schwäche aus wieder eine rückkehr sozusagen in diesen trendkanal rein nach einem ausflug nach oben und wenn der markt sowas spielt ja dann sind die long szenarien kurzfristig oft erst mal vom tisch und wir müssen uns zur unterseite orientieren das heißt deswegen sage ich hier an diesen stellen auch immer wenn wir sowas treten dann sind das wirklich die early birds und die müssen immer eng abgesichert werden weil sonst kann es mal stark gegen uns laufen wir haben hier gigantische chancen wenn so ein early bird mal ordentlich durchstartet dann sind das echt die top performer die man im jahr drinnen hat aber viele von denen kommen halt nicht so zum laufen wie man sich das wünscht deswegen ist es so unheimlich wichtig an dieser stelle die absicherung zu machen hier haben wir das absicherungslevel ganz klar die 1 30 ist extrem wichtig aus charttechnischer sicht wenn wir nämlich unter diese marke laufen dann funkt dann passiert sozusagen das dass wir hier den ersten initialen schub nach unten gehabt haben dann gab es jetzt hier eine korrektur und dann den nächsten schub nach unten und die korrektur hat halt nur dazu geführt kurz den ausbruch zu machen und dann nach unten rein zu laufen und wenn wir das haben haben wir den abwärtstrend dann haben wir die erste bewegung im kanal den ausbruch als korrektur die zweite bewegung wieder zurück und dann müssen wir uns definitiv zur unterseite orientieren und das ist das was wir hier sehen das ist momentan so ein bisschen die kurzfristigkeit an den märkten und wenn es hier dann darum kommt oder darum geht wo wir hinlaufen können dann sind die planbaren anlaufpunkte auf der unterseite klar schaut mal hier unten diese schwunglevel wie wir sie hier haben die marker hier von 1 29 30 oder 1 28 90 das sind wichtige marker die wir haben beziehungsweise hier unten dieses low 1 28 63 die sind auf der unterseite dann durchaus da und das ist das potenzial was wir hier in diesem markt dann definitiv auch sehen und wenn wir uns das ganze noch mal anschauen wollen wenn wir das nur mal spiegeln also das was jetzt hier nach oben gelaufen ist mal unten drauf setzen dann sehen wir schon nächster klassisch geplanter trendtechnische anlaufpunkt hier unten das zwischenloh um die 1 29 30 der chart vom britischen fund so gut das hätten wir dann würde ich sagen haben wir durch freut mich ja super danke für die guten analysen das freut mich natürlich sehr bitte weiterempfehlen wir freuen uns über die wachsende community hier bei ticmel gerne den ticmel broker auch mal anschauen auf die website von ticmel einfach mal drauf schauen und entsprechend mal mit den top konditionen vertraut machen macht wie immer sinn ich sage danke fürs zuschauen allen einen erfolgreichen trading tag und bis morgen früh um 8 30 für die besprechung der nächsten ideen danke und bis morgen bis jetzt